Bei der ersten Sendung von Promi Big Brother 2024 wirft Alida Khoras ein neues Licht auf die Vergangenheit. Wie satt! Eins im Vorfeld enthüllt, spricht die Gewinnerin der zweiten Staffel von Big Brother über ihr vergangenes Verhältnis zu Jürgen Milski. Alida Khoras, 47, und Jürgen Milski, 60, bekannte Gesichter aus Big Brother in Deutschland, haben mehr gemeinsam als nur die Moderation. Khoras, Siegerin der zweiten Staffel im Jahr 2000, hat kurz nach ihrem Einzug in den Promi Big Brother Container einen Einblick in ihr Privatleben gegeben. In der ersten Folge, die satt! 1 Uhr nachts Montag, 7. Oktober, um 20.15 Uhr ausstrahlt, kommen überraschende Fakten ans Licht. Satt! Eins hat im Voraus verraten, dass Big Brother Rückkehrerin Khoras über eine Affäre spricht, die sie mehrere Monate lang mit Jürgen Milski hatte. Milski wurde bekannt durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von 2000. Er schaffte es auf den zweiten Platz. Im letzten Jahr nahm er auch an Promi Big Brother teil. Nach ihrem Auszug aus dem TV-Container moderierten Khoras und Milski für den Sender 9 live. Darüber hinaus präsentierten sie 2007 zusammen für RTL 2 die Doku Sog Das Schicksal meines Lebens, die später in Das ist das Leben umbenannt wurde. Während eines Gesprächs mit der Promi-Reporterin Bea Peters, 42, über die Vergangenheit behauptet sie, dass Milski seine damalige Freundin betrogen hat, unter anderem mit mir. Das weiß keiner. Sie hat dieses Geheimnis bisher bewahrt, wenn man die Geliebte ist, hält man ja die Fresse. Auch jetzt scheint sie sich mit der Enthüllung nicht so wohl zu fühlen. Sie hofft, dass sie nichts zu befürchten hat. Es war ja nun mal so, aber ich habe keinen Bock auf Stress. Aber da mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist. Es wäre ja Quatsch, mich deswegen verrückt zu machen. Ihre Hoffnung, es habe vielleicht niemand gehört, ist allerdings angesichts des Gutwerker welten Containers vergebens. Die Kandidaten der neuen Promi Big Brother Staffel Die ersten der 14 Bewohnerinnen und Bewohner sind bereits am 5. Oktober in den TV-Container im Gelsenkirchener Barock gezogen. Join-Abonnenten können das Geschehen seitdem über einen Livestream rund um die Uhr verfolgen. Neben Alida Kuras sind in diesem Jahr dabei Schauspieler Jochen Horst, 63 Moderatorin Verena Kehrt, 43 Schauspielerin Mimi Fiedler, 49 Fußballer Max Kruse, 36 DSDS-Sänger Daniel Lopez, 47 Reality-TV-Darstellerin und Model Cecilia Azoro, 28 TikToker Sinan Moves, 19 Promi-Reporterin Bea Peters, 42 Reality-Darsteller Matze Höhn, 28 Reality-Star Mike Heiter, 32 Und seine Freundin Leila Lahua, 28 Heiters Ex-Partnerin Elena Miras, 32 Wird noch hinzustoßen, was die Dynamik deutlich verändern könnte. Sie wird am Montag ab 20.15 Uhr live in der Auftaktshow einziehen, ebenso wie Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner, 28 Moderiert wird die Show von Marlene Lufen, 53 Und Jochen Schropp, 45 Direkt im Anschluss analysieren wieder Melissa Kalasch, 35 Und Jochen Bendel, 56 In Promi Big Brother, die Late-Night-Show das Geschehen Promi Big Brother läuft montags und dienstags ab 20.15 Uhr Und mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr live in SAD 1 und auf Join